Der Deliboss ist eine Pferderasse Aserbaidschans. Er wird auch als Deliboss Aserbaidschaner, als der Kasach von Aserbaidschan oder als das Aserbaidschan-Pferd bezeichnet. Hintergrundinformationen zur Pferdebewertung und Zucht finden sich unter Exterieur, Interieur und Pferdezucht. Exterieur Der Deliboss hat einen kurzen, trockenen Kopf mit breiter Stirn und schmaler Nase. Er hat einen schweren kurzen Hals und einen langen Rücken mit guter Rückenlinie. Die Beine sind sauber und gut proportioniert und die Röhrbeine sind stärker als bei anderen Rassen. Das durchschnittliche Stockmaß liegt bei 1,52 m, die Gurtentiefe ist 1,72 m und der Röhrbeinumfang 19,4 cm. Interieur In Aserbaidschan wird der Deliboss zur Hirtenarbeit eingesetzt. In Rennen sind Deliboss-Pferde genauso schnell wie Karabagen. Sie sind unausgeglichen und ihre bevorzugten Gangarten sind Rack und Pass. Die Deliboss-Pferde sind sehr leistungsfähig. Sie bewältigen im Gebirge 45 bis 55 km mit einer Ladung von 115 bis 130 kg oder 70 km unter einem Reiter. Die besten Zeiten in Rennen sind 1 Uhr 56 Minuten auf 1,6 km und 2 Uhr 55 Minuten auf 2,4 km. Den Kern der Population der Rasse bilden zur Zeit Nachkommen der Terzka-Hengste Zellostat und Pygmelin, dadurch entsteht in Zuchtgefahr. Das Gestüt der Schius besitzt die 140 typischten Delibots-Pferde und Zuchtstuten mit einem hohen Anteil Terzka-Blut. Zuchtgeschichte Der Deliboss geht zurück auf den Aserbaidschaner, den er heute nahezu vollständig verdrängt hat. Durch starken Einfluss des Karabagen und des Arabas ist die Eigenständigkeit der Rasse nahezu verloren gegangen. Es gibt Bestrebungen in Aserbaidschan, die Rasse wieder stärker reinzuzüchten. Der Delibots entstand in den aserbaidschanischen Rejoska-Zaks-Akstea und Tovuso und in den angrenzenden Bereichen von Georgien und Armenien. In den 1930er und 1940er Jahren wurde aus der dortigen Pferdepopulation das Delibots-Pferd herausgezüchtet und mit Araber- und Karabag-Hengsten veredelt.